An deiner Stelle würde ich mir um Bärchensnerven Sorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit in deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie ist sensibel heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst so'n Frauen verstehe. Mö, Mö, Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten! Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich hab sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, hab ich was bei dir gesagt? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz... Er war ganz... Wer hat viermalen Alan com mich. Er war ganz... Er war ganz.... Er war ganz... worénom. Er war ganz... Als ich... Das ist nicht witzig. Verklaufennormal. Ich will erst... Chiffran, wie es came in tooling? suo ex ہے? Untertitelung des ZDF für funk, 2017